ja hallo heute mal wieder ein etwas kürzeres video gerade viel zu tun hier bei mir jede menge aufträge und aber ich wollte trotzdem heute noch mal ein video posten und habe mir eine frage einfach mal so gestellt die ich einfach mal gerne von euch wissen möchte und zwar was bedeutet für euch kaffee es gibt ja unterschiedliche bewegt gründe warum wir kaffee trinken und mich würde einfach mal interessieren warum trinkt ihr kaffee und was bedeutet euch dieses getränk ja kurz und knapp also ich freue mich auf eure kommentare